Hallo ihr Lieben. Und zwar haben wir für Lina von dm den sauber Adventskalender. Der sieht so aus. Wow, ne Lina? Total schön. So, guck mal. Sag mal Hallo. Ah, schon mal? Okay. Der kostet 17,95 Euro. Jetzt machen wir den mal auf zusammen und gucken mal, was da so drin ist. Kann sein, dass Lina ein bisschen unruhig wird, dann tut es mir wirklich leid. Ihr habt bestimmt mitbekommen in den letzten Adventskalender, und jetzt habe ich etwas leiser gesprochen, das weil Lina am schlafen war. Aber jetzt ist sie wach. Hinten steht übrigens drauf, was drin ist, aber ich habe jetzt bis jetzt noch nichts gelesen. Ich finde, das ist der perfekte Adventskalender für Lina, ehrlich. Sie liebt ja Waden. So, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit den Kalender in die Kamera halten, aber wir fangen mal an bei der Nummer 1. Und Lina Acch-Bak-Buraya. So. Wow. Holt es mal raus. Kriegst du was? Ich fresse deine Finger auf. Moment, Leute. So. Und zwar ist das... Zeig mal. Ja, halt das mal in die Kamera. Nein, guck mal, so musst du das halten. Du kleiner Frechdachs. Und zwar ist das das hier. Was ist das, Lina? Komm, wir lesen das mal vor. Was ist das? Was steht? Schneeblumendusche. Reinigt mild und sanft. Also, in der ersten Tür ist das drin. Ihr seht schon, Lina wird umholt. Ich bin mal gespannt. Wir machen die Nummer zwei auf. So, Schneeblumendusche, guck mal hier, hier. Das ist eine 2-in-1-Dusche von Saubär mit Birne und Karamell. Kann ich zeig das mal? Okay, willst du das mal zeigen? Und zwar ist das das hier. Jetzt fokussiert ihr nicht, wieder mal. Aber ihr seht es ja, ich habe es ja vorgelegt. So, Lina, sollen wir die Nummer drei aufmachen? Das ist eine Wind- und Wettercreme. Cool. Genau, das zeigen wir auch mal. Und zwar ist das das hier. Fokussieren, fokussieren. Die Kamera, ne? Die Kamera macht mich verrückt. So, jetzt aber. Und zwar ist das das. Aber, ich sag's euch, mit Lina ein Video drehen ist schwer. Aber richtig schwer. So, dann machen wir mal die Nummer vier auf. Die ist hier. Ein Schüttelbad. Das habe ich ja noch nie gehört. Genau, Lina sagt immer was dazu. Und zwar ist das einmal das hier. Genau. Okay, tut mir leid. Tut mir leid. So, jetzt machen wir die Nummer fünf auf, okay? Okay, wo ist denn die Nummer fünf? Siehst du die Nummer fünf? Wo ist denn die Nummer fünf? Warte mal. Ach, hier. Boah, das ist aber groß, ne? Ein Bärchenbad. Limited Edition duftet nach roten Bären. Badetablette in Bärchenform. Färbt weder Haut noch Wanne. Was weiß das hier? Genau. Kannst du jetzt nicht mehr wählen? So, jetzt kommen wir zur Nikolaus. Da bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Das Paket ist ein bisschen länglich. Ach, da sind Fundstifte drin. Cool. Mit einem Anspitzer. Das sieht so aus. Ich hoffe, ihr kennt das jetzt. Auf jeden Fall sind hier... Warte, Maus. Ach, ich habe so Rückenschmerzen bekommen jetzt gerade. Und zwar sind das diese Wunschstifte. Und dann ist hier... Guck mal hier. Wow. Das ist ja nicht nur alles fürs Baden. Ich stehe. Egal, komm. Nimm das in deine Hand. Komm. Lina, ich werde dir irgendwann dieses Video zeigen. Irgendwann. 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 Jetzt machen wir die Nummer 7 auf. Hier habe ich mal ein Drittel gerade geschafft. Ich bin mal geschwannig. In der Nummer 7 ist drinnen. Duftet nach Lavendel und Vanille einen guten Nachtbad mit Lavendenblutenextrakt. Das ist schön. Das ist so schön. Und zwar ist das einmal das hier. Ich muss Lina mal gehen lassen. So, das. So, dann machen wir die Nummer 8 auf. Jetzt kommt Lina. So, Nummer 8. Lina, wo ist die Nummer 8 hier? Komm. Halt die Geldbeamad, Jess. Oh, eine Cremelotion. Pflegt mild und sanft. Jo. Nein, 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 nein. Nina, genau auf den Adventskalender. Okay, wir waren bei Nummer 8. Jetzt kommt die Nummer 9. Die ist hier. Ich glaube, das ist auch was, wie eine Creme. Nein, ein Sticker. Nur ein Sticker. Okay, nur ein Sticker. Nina, guck mal, hier ist ein Sticker. Du magst doch Sticker. Und zwar ist das der hier. Guck mal. Kannst du damit stickern? Nein, das ist ein Tattoo. Nina, komm, wir machen weiter. So, dann machen wir hier die Nummer... Oh, oh, na, 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 na. Wo ist jetzt die Decke? Ich glaube, das Video wird 20 Minuten gehen mit Lina zusammen. So, komm, jetzt machen wir die Nummer 10 auf. Einmal die 10 aufmachen. Glitterbad. Reinigt mild und sanft. Das ist das hier. Ja. Da sind auch Glitzerpartikel drin. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt. Schön. Ja, na, 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 na. Genau. Dann machen wir die Nummer 11 auf. Ich mach mal jetzt ein bisschen schneller, damit ich euch nicht schlafe. Ach, das ist eine Seife in Tannenbaum-Optik. Wir haben lange keine Seife mehr benutzt. Und zwar ist das das. Guck mal, guck mal. Lecker. Nicht in deine Nase reinstecken, Lan. Oh, nein, 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 nein. Bist du fertig? Dann mach ich die Nummer 12 auf. Oh, Lina. Ah, Lina, guck mal. Ein Schwämmchen. Ja, komm. Komm mal auf mein Schuss. Man sieht ja so dicht von hinten, ne? Setz ich mal hier hin. So. Und zwar ist das so ein Bärchenschwamm. Total süß. Guck mal. So, jetzt mach mal die 13 auf. 13, 13, 13. Hier. Das ist auch ein Bad. Goldstaubbad. Cool. Das muss man so schütteln. Da ist Gold drin. Das sieht man auch unten. Warte, lass uns das mal zeigen. Einmal das. Langsam an den langsam. Ja, nein, 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 nein. Fertig? Dann machen wir die 14 auf. Das ist eine Glibberseife. Okay, das ist... Oh, 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 nein. Ja, komm, ja. So, hier haben wir einmal eine Glibberseife von Sauber. Ja, was weiß das, was weiß ich das? Nicht aufmachen, Maus. Nicht aufmachen, mein Mädchen. Nein. Muss ich das jetzt verstecken, alles? Ich will das nicht alles verstecken. Vor dir? Hallo? Das ist doch für dich. Dann machen wir die Nummer 14 auf. Äh, 15, sorry. Ein Ballon. Soll ich den aufblasen? Ja. Ah, die steht sauber drauf. Soll ich den zu machen? Komm, komm mal wieder weg. Also der Adventskinder gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut. Sehr gut. Aber oder das? Das. Ja, du machst mich. Nein, das ist absolut. Okay. Dann machen wir die Nummer 16 auf. Sitze von verkrüppelt, glaube ich. Hier haben wir ein Schaumbar. Reinigt... Äh, reinigt... Nein, 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 nein. Jetzt lass mich den aufsitzen. Ja, dann machst du wieder dich ein. Nein, nein, nein. Komm mal hier rüber. Komm. Ah, ne, schon auch mal da drauf. Und zwar ist es einmal das hier. Genau. So, dann Nummer 17. Ich mache jetzt einfach weiter. Dann haben wir hier ein Dusch-Jelly von Saubeer. Äh, äh, nicht aufmachen, Anne-Jim, bitte. Duftet nach, Erdbeere. Einmal das. Einmal das. Schön. Genau, damit machst du Biji-Biji, ne? Ja. Okay, dann komm mal zu mir jetzt. Gerne mal, Gäste. Dann ist bei der Nummer 18 noch ein Tattoo drin von Saubeer. Und Leute, wenn ihr euch jetzt fragt, was ich mit dem Adventskalender mache, ich bastel für Lina ein. Und die Produkte werde ich dann auch alle verwenden. Da kommt dann immer noch ein bisschen mehr dazu. So. Nein. Mausi. Ich glaube, ich muss hier alles verstecken, bevor Lina hier... Nein. Nein. Lina, bitte bitte ein bisschen. Nein, nicht jetzt. Ich verstecke das mal kurz, Leute. Ich verstecke das mal kurz, Leute. Und ja, wie ist es, Hannah? Ja. Okay, das kannst du haben. Komm mal anschauen. Halt von mir zu,inda. Ja. Das musst du mit den Dynamen tun. Sonst machst du das auf. Hat ja noch einmal gellt. 17 haben wir aufgemacht... 18,5. 18 haben wir auch. Bis jetzt machen wir die 19 auf. Ich hoffe, Lina nervt euch nicht heute, aber ich wollte das wirklich mit ihr zusammen drehen. Da haben wir ein Body Mousse, duftet nach Vanillen. Genau, das ist ein Body Mousse und duftet nach Vanillen. So, dann ist in der Nummer 20 nochmal was von Sauber drinnen. Duftet nach Vanillen und Honig. Dusche, Shampoo und Pflegespülung 3 in 1. Einmal das. Dankeschön. Jetzt ist Lina dran. Kannst du es nicht? So, dann die 21. Hier ist eine Raumfahrerdusche mit Feuchtigkeitsspenden. Und hier sind auch so krass. Das haben die krass gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Da sind so Stücke drinnen. Ja, sieht man sogar. Da sind so Sternenformen drin. Total schön. Guck mal. Dankeschön, Amie-Gin. So, dann die 22. Noch ein Ballon. Ein gelber Luftballon. Cool. Hier. Versuch das mal aufzupusten. Dann machen wir die Nummer 23 auf. Das ist ein bisschen größer, das ist ein bisschen größer. Ein Badestern mit wertvollem Jojobaöl. Der hat weder Haut noch Wanne. Limited Edition. Duftet nach Cassis. Okay. Da bin ich mal gespannt. Einmal das. Und Leute, jetzt kommt's. Hina, komm. Trommeln wir mit. Hina, komm, wir machen mal die Nummer 24 auf. Komm. Die Nummer 20. So, die Nummer 24 ist hier. Ich finde, das passt jetzt nicht zu jedem, weil Saubeer benutzen auch Mädels. Das ist jetzt hier so ein Kiratenbrisch- und Schaumgel. Ich weiß nicht, ich finde, das passt jetzt nicht so zur Nummer 24. Da könnte man zum Beispiel keine Ahnung, Badesalz oder sowas nochmal reintun. Aber das passt jetzt nicht zu den Mädels, wenn das wirklich Mädels nehmen. Und zwar ist das immer das hier. Ihr könnt ja mal eure Meinung reinschreiben. Aber ich finde, das passt nicht zu beiden. Genau. Ja, das war's auch mit dem Adventskalender. Ich bin sehr, 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 sehr zufrieden. Also für 17,95 ist das der Knaller. Den gibt's momentan online auf dm.de. Ob es den auch in den Medien gibt, weiß ich leider nicht. Aber ich bin wirklich zufrieden. Ungelogen. Das lohnt sich. Also ich kann denen wirklich empfehlen, wenn eure Mäuse es lieben zu baden, dann kann ich das nur empfehlen. Und das ist der perfekte Adventskalender für Lina, weil sie badet sehr, sehr gerne. Das wisst ihr ja auch, wenn ihr meine Vlogs schaut. Genau. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben. Und bis dann. Tschüss. Bye-bye. Sag mal bye-bye. Bye-bye. Ja, dann muss man aber richtig bei übersehen. Sag mal tschüss. Bye. Bye-bye. 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 Bye-bye.